Terri wäre schonmal da, aber wie sieht es mit seinem Angebot aus? Hey Terri! Was willst du denn gerne? Ich möchte gerne etwas. Du hast natürlich nichts davon, super. Kein Löstflügel, nichts. Nein, lass es gut sein. Tschüss, Mann. Hä? Das war jetzt so nicht geplant. Sonst könnte noch irgendetwas, was wichtig wäre. Hm. Ein paar Dinge gäbe es eigentlich schon noch, die ich da machen müsste. Ich sollte bald nur noch von Athen, um drei wildwachsende Goldlingen zu sammeln. Na, ist auch das noch. Hm. War der Magmarock noch platt machen? Sollte er eigentlich umziehen, aber... Da war ich eigentlich schon. Aha, wenn du rausklettern. Stimmt, da war ja was. Oder vielleicht doch eher direkt hier hin und... Ich meine, ich könnte direkt hier zum Stall hin und dann... Mach hier diesen Feuerdrachen noch. Na ja, kommen wir so nicht. Und dann ab in den Westen! Ja komm, das mit dem Magmarock und so dauert wieder ein bisschen seine Zeit. Den kann er später noch machen. Gar kein Problem. Mal gucken, ob wir den Drachen noch finden, wa? Mal gucken, ob wir den Drachen noch finden, wa? Mal fragen, irgendwie... Ja, was in ihm bekommen. Scheint gar nicht da zu sein, der Drachen. Ich kann doch immer von da drü... Von da nach hier drüben? Hm. Das war doch so, da flog doch immer so die Kurve. Ja man, der Turm, wo ist denn der genau? Oh, nicht so weit weg. Hey Kumpel! Was ist der denn noch hier? Es wird diesmal irgendetwas... Der ist hier! Ja, ich bin ja auch schon hier. Wirklich mögen! Ja, was sind sie denn gerne? Ich hätte gerne, dass du mir ein paar Löschflüger gibst. Nein, das gibt es auch nicht. Du hattest die mal! Ich weiss das! Weiß ich mal, an welchem Ort das war. Naja, tschüss. Hm. Der Drache ist auch nicht da. Vielleicht... Kann der nur morgens oder mittags? Weiss gar nicht mehr. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Und Garn hat seine Tage. Eine unruhige Nacht für mich, toll. So, komm Feuer Drache, wo bist du? Ah, da kommst du ja schon. Weisst du, da habe ich noch einen Schreiner, den ich entdeckt habe. Der entdeckte Volt, den ich gefunden habe. So war das doch. Achso. Ah. Ich habe Angst bekommen. Okay, jetzt ist der Schild gerade komplett weg. Hm. Seltsam, ich habe da eigentlich dreimal den. Okay. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Eigentlich mal. Eltral, so heisst der. Okay. Okay. Warte mal, wenn du hier entlang fliegst und da fällt die Schuppe. Ja. Ich muss natürlich da unten. Super. Also dann ein bisschen näher rankommen und wir da irgendetwas treffen. Ja, da reicht so nichts. was? Was? Boah! Dann komm schon! Das ist nicht wahr, da muss ich mich da drüben, damit ich dich irgendwie treffen. Komm schon, das kann ich in deinem Ernst sein, Alter. Mann ey, da ist bloß eine Schuppe von dir, muss ich da auf den Berg holen oder was? Hat die irgendwo auch noch so eine Stelle, wo ich, jetzt sind die natürlich wieder da, ja super. Natürlich gar nicht so eine Tage, wie kann man das vergessen, ich bin ja selber schuld. Hier war ja auch so etwas. Lalalala, uns gehts gut, für die Rallala. Verfangen wir euch das gar nix. Mit Feuer hier im Ding herumfuchten würde ich eher weniger machen, Leute. Würde ich nicht tun. Hä? Was macht ihr jetzt? Was bist denn du für einer? Du hast eine ganz neue Farbe. So, dann gibt es euch auch ein Weiss. Bäh, wir hassen dich, ich bin doch kein Fan von euch. Aua, wenn man da sitzt. Tja, jetzt bist du alleine, wa? Hey, hier, Frozen Yoghurt. Jetzt gibt es ja noch ein Weiss, ganz schlecht. Oje, oje, da hat man ziemlich viel Aufwand, so jetzt aber. So was nochmal, bis morgens bitte. Da muss ich mal klappen. Morgen schon ein Gold im Mund. Viel zu früh am Morgen. So, kommt jetzt nochmal. Ich hoffe schon. So. So gucken wir das jetzt mal, kann man echt nach da oben. Uff. So einen langen Aufstieg vor mir. Ähm. Ich hoffe, der kommt auch. Ich weiß, ich habe die ganze Übung für nichts. Und wieder nichts. Oh scheisse. Machen. Hä? Ich habe noch ein bisschen was für Ausdauer. Ausdauer. Ich kann ein bisschen Ausdauer verdrehen. Wo ist meine? Ah doch irgendwo. Hm. Ah ok. Hm. Jopp. 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 Oh oh. Das ist jetzt gar nicht gut. Je nachher nicht aus der Option aus. Jopp. Wäre ich froh gewesen für dieses Gebiet, dass ich Epuna dabei hätte. Ja geil, ne super Aussicht, aber Drachen natürlich nirgends mehr. Hä? Letztesmal kann man morgens. Was ist jetzt los? Da fliegt der für der rum. Auch ein schlechtes. Hä? Da ist noch ein Turm super. Da muss der Drache rein, der kann wohl nicht wahr sein. Natürlich seid ihr dafür immer da. Jetzt bricht der Hals. Sag mal, mich kann der Drache verarschen? Ja, jetzt warte ich halt noch länger. Da stehen wir frei, das ist schon Wutsch. So. Dann warte ich eben. Mach jetzt mal bis Mittags. Irgendwann muss er mal kommen. Oh, das könnte länger dauern. Nun, nun, Nacht? Nee, wa? Gut. Naja, natürlich könnte es auch anders sein. Aua. Wollt den Arsch in den ein, das macht mir nichts. Tschüss. So. Mal warten. Wollt den. Ach, ich sehe nichts. Ah. Ah, der Frühmorgens. Ähm. Ja. Wo ist jetzt der Drache? Hallo, Drache? Hä, spinn ich jetzt aber doch immer hier? Ähm Oder hat der Männ noch ein bisschen verschlafen? Das war super klasse, weil wir das ein bisschen abwarten Braucht es nicht Zeit, da kommt der von oben Nein, ich muss ihn noch sehen Hm, seltsam Da muss ich ein bisschen länger warten So, jetzt kommt es aber langsam Drache, wa? Ähm, Drache? Drache? Ich seh den immer noch nicht, was treibt denn der die ganze Zeit? Verzeihung, Herr Drache, können es langsam mal kommen Ich hab ein noch anderes zu tun Ich muss da die Verheerung aufhalten und so Noch ein Titan befreien Plus recken und äh Die Prinzessin wand auf mich Also wenn es Ihnen nicht zu umständlich wäre Wäre ich auch, wenn es langsam mal kommen würden Ja Oder auch nicht Sonst noch so Und ein paar Pferde hinten Ähm Ja, ein paar Pferde Sehr schön, sehr Schön Was ist das denn für ein Felsen? Etwas ganz seltsames aber Wind Wind Verzeihung, Herr Drache Der kommt nicht Was ist das denn für eine Scheisse, ey? Hä? Ist es Eine Mühle da vorne? Da sind noch so ein paar Gegenden über anschleichen Mifas Gebet ist bereit Wenn du es brauchst Danke Mifa Achso Das ist da vorne Bereits nächstes Gebiet Naja, von mir aus Ähm Oh, Drache kommt nicht Scheisse Ach doch, da kommt er ja Mal schauen, Holzpfeil Kommt echt zu spät Naja, von mir aus Hier abfangen Müsste es Eigentlich klappen Jetzt bin ich mal gespannt Wohin der fliegt Ah, da kam doch mehr zu Sehr gut, sehr gut Ob das so gut ausgeht Mit dem Pfeil auf dem Drachen zu ballern Äh, ruf's mal Wieso sonst, äh In mir eine Schubbrunnen rankommen Oh, jetzt kommt er hoch Hallo So, ein bisschen was getroffen Ja, da fliegt ein bisschen was runter Hä, nur noch einmal Okay, da unten liegt es Sehr schön Äh, wie kommen wir jetzt da Problemlos runter Voll der Wind Ach, nö, was machst du denn hier Merkspalter Ne Felsspalter Tauchswaffen noch ein bisschen ehren Ja, super Ähm Na, nun normaler Felstypi Ja, komm runter Komm schon So, wird es gemacht So, langsam runter Ja Ja, das reden natürlich Oh scheisse Elektropfeil Äh, wann Ob das klappt Ich weiss, dann viel eher fraglich Äh, nö Naja Es ist eigentlich Wasser Also, ich meine es regnet Es könnte doch klappen Einfrieren vielleicht Nö, klappt auch nicht Ah, super Nein Au Du bist ein Arsch Weisst du aber, dass du ein Arsch bist So 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 geht's auch Kumpel Viel Bernstein Äh, ich meine Geben sie mal wieder Viel Geld So Ähm Ist jetzt da Ist das Teil jetzt weg Ich hoffe nicht Nö Warte Ne Da ist noch gut Waa Uh Schmein gehabt Eine Eldrashuppe Sehr gut Äh, wie kommen wir die da hoch Waa Äh Ja Glück muss der Held haben Ähm Wie ist das gedacht Äh Ernsthaft Waa 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 Dechmann. Tschüssi. Ja, Tschüssikowski. So, mit der sechs Samen. Ist sonst noch was runtergefallen? Der hat jetzt zweimal klimpern gehört, aber... Der unwahrscheinlich. Was ist da unten noch los? Ich meine, das ist doch der Ort, wo ich... Da haben wir einen Schrein gesucht, den ich gefunden habe. Da haben wir ja komplett einen neuen Gebiet. Ja, super. Hier war ein Turm, da ist ein Turm. Wenn ich jetzt schon mal hier bin... Hochklenner, können wir ein bisschen dauern, aber erstmal runter. Ist hier noch irgendwas zum Drachen abgefallen? Ich dachte, er hätte jetzt irgendwie zweimal... Ne, doch nicht. Zweimal glitzend gesehen. Nö, habe ich mal vertan. Schade. Mal schauen, klappt das jetzt hier eigentlich mal? Ich meine, das reingetrifft und so. Dann müsste ich eigentlich in der Lage sein, ein bisschen Aufwind zu sorgen. Ernsthaft, keine Aufwind, okay. Ich glaube, die nicht so, wie ich es gerne hätte. Ach ja. Aha. Hm. Jetzt ein paar Gegner, jetzt sogar ein Wolf. Apropos Wolf, hätte ich mal Bock drauf, meinen guten Kumpel Wolfi zu holen. Jetzt, äh, ich hoffe, die Zeit dafür reicht. Ich bin nachher, bevor ich gleich kommen. Wolfi, ich schnapp sie dir. Aua. Alter. Was bist du denn für einer? Boah. Ich komme jetzt einfach nicht hin. Natürlich wird er so ein Hardcore-Typi. Hm, ist schon klar. Der macht sowieso aus, ist aber relativ viel Schaden. Wir müssen wohl so langsam der Königszweihänder zum Einsatz kommen. Äh, äh. Ja, wie noch einen? Noch ein bisschen mehr Power. Alter, zieht der. Ich denke, dass die schon so stark sind. Jetzt echt nicht damit gerechnet. Da ist schön so Tieren. Die Zeit muss sein. Ja, scheisse, wahr? Abhauen ist nichts. Immer schön auf die Fresse. Echt so ein weisser Typ? Oh, relativ viel. Höp. Da gließt was? Da gließt was. Bis zum nächsten Mal.